Spektakuläre Action mit den größten Styles des Genres. Sie haben keine Ahnung, wie gefährlich das ist. Mark Wahlberg im Kampf gegen den Terror. Dieser Typ. Existeren weitere Bomben. Daniel Craig nimmt es mit einer Übermacht auf. Was zum Teufel. Hier riecht's ne Harte. Sind Sie da sicher? Leonardo DiCaprio in einem Netz von Korruption und Lügen. Bruce Willis macht Jagd auf sein eigenes Ich. Ich lass grad zu, dass mein Mr. Frank getötet wird. Julia Roberts will ans große Geld. Wenn du's versaust, mach ich dir das Leben zur Hölle. Du Miststück. Pierce Brosnan macht einem Paar das Leben zur Hölle. Sind Sie wirklich die perfekte Ehefrau, für die Sie sich gern halten? Chris Hemsworth wehrt sich erbittert gegen eine Invasierung. Jetzt sind wir die Bösten. Und Samuel L. Jackson will die gefährlichsten Kreaturen zur Strecke bringen. Man betritt nicht einfach ein fremdes Haus und wirft mit Bomben ausermann den Streit. Normalerweise ist da ein ganz netter Kreaturen. Im September. Lühe auf Teleclub Action.